Jetzt läuft die persönliche Assistenz im Regelbetrieb und wir machen jetzt einen weiteren Schritt. Im Juli und August können sich Menschen mit Behinderungen wieder anmelden für persönliche Assistenz. Wir weiten die Plätze aus, es kommen zehn neue Plätze dazu. Im Wesentlichen sagen alle Menschen mit Behinderungen, dass ihre Lebensqualität zugenommen hat und dass sie mehr an Freiheit und Selbstbestimmung genießen können. Die persönlichen Assistenten können angestellt sein direkt bei Menschen mit Behinderungen oder bei einem Träger. Die Menschen haben die Auswahl, was sie lieber wollen. Das ist in Salzburg besonders und was in Salzburg noch besonders ist, dass auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen auch persönliche Assistenz in Anspruch nehmen können. Also man braucht keine besondere Ausbildung. Man bekommt natürlich eine Einschulung. Da kann man sich bewerben bei den Trägern, die das machen oder auch bei uns in der Sozialabteilung des Landes.